Hallo und herzlich willkommen bei RedDogGamble. Ich bin heute wieder auf die anderen Ticket und heute habe ich das Spiel X-Heroes. So, voll bitte an. Bei dem Spiel gab es noch keine Verwarnung, deswegen kann ich das so laufen lassen, wie es ist. Hurra. Oh, da ist alles schwarz. Gut, 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 dann fangen wir mal an. Ähm. Ich glaube, ich habe das nur ein paar Mal gespielt. Ich habe es auf jeden Fall gespielt, das weiß ich. Ich bin jetzt VIP 1, okay. Sammeln. Premium. Da ist ein roter Punkt. Erster Tag. Erster Tag. Geschenke. Geschenke nehmen wir doch gerne. Noch mehr Geschenke. Dailies. Schon eine Daily fertig. Gut. Anfordern. 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 Unfall. Das sack. Anfordern. Anfordern. Du bist stein. Nun mal den. Noch einer, noch einer, noch einer, und noch einer. Schön. Gut, jetzt nehmen wir den nächsten Punkt. Anfordern, einfordern, anfordern, einfordern, einsammeln. Hm. Komisch, oder? Anfordern, einfordern, einsammeln. Gleich sind die roten Punkte weg, dann geht's los zum Kampf. Okay. 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 Ich bin ein guter Schütze. Statt. Okay. Nochmal. Was? Null. Scheiße. Ach. Mensch. Schon wieder null. Ich bin ein schlechter Amor-Schütze. Amor. Drei. Engel. Mach. 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 jetzt sind 500 dann machen wir die hier weiter wir geben jenen ein bisschen liebe und bei welcher ziehen wir das jetzt durch dann war die hier die böse vielleicht wird sie ja dann lieb einfach gedrückt halten und noch einer ich glaube nicht doch doch der geht noch 450 geht jetzt noch ok quatsch nächster punkt video angucken nein kein video so 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 tasche stück hier kann ich viele beschwören 7 leute einsammeln und hier auch ein 3 4 1 1 4 ok das haben wir hier nochmal gut das war jetzt eigentlich alles das ist ein video anschauen dann gehen wir jetzt in die hauptbasis rein ok videos gucken 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 eine kostenlose beschwörung überspringen den habe ich schon ich habe 73 ich habe so viele hellen wahrscheinlich dann muss ich mal was machen kurz hier zum beschwören fehler da war ein fehler laut 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 eine stunde später also warte schon mal bitte warte ich habe noch nicht einmal gekämpft Moment bei 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 ich glaube das wird nichts mehr war gut dann sag ich mal das war es für heute leider war ein war ein leider kurzes video aber dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr bei der next video dabei seid bis dahin wünsche mir viel spaß und auf wiedersehen tschau tschau